Jo Leute, ich bin's wieder, euer Interest. Auf jeden Fall ist das hier ein kleines Status-Update. Ich wollte euch einfach sagen, dass es mir gut geht, ich lebe noch. Bald kommt auch ein etwas größeres Projekt, das habt ihr ja vielleicht schon gesehen. Es handelt sich dabei um einen Kurzfilm und der braucht natürlich seine Zeit, damit er gut bei euch ankommt. Ein Trailer wird aber auch noch kommen mit allem drum und dran. Das wollte ich euch einfach nochmal sagen, mir geht's gut. Ich hoffe ihr hattet eine schöne Zeit. Ich hab jetzt auch die 100 Abonnenten geknackt, vielen Dank dafür. Jetzt geht's weiter zu den 200 Abonnenten oder noch mehr. Ich habe in den letzten Tagen auf jeden Fall auch ein paar coole Leute kennengelernt, vor allem Kev O'Connor. Sein Kanal ist auch in der Infobox hier irgendwo verlinkt und auch nochmal in der Videobeschreibung. War echt ein cooler Tag. Wir haben auch ein paar coole Szenen gedreht, die könnt ihr auch in seinem Video angucken. Ist auch hier oben in der Infobox. Guckt auf jeden Fall mal bei ihm vorbei und lasst schöne Grüße von Interest da. Hat auf jeden Fall er bei mir auch gemacht und es waren wirklich ein, zwei Leute da und haben schöne Grüße von Kev O'Connor gewünscht. Vielen Dank. Ja, habt einen schönen Tag. Das war's wieder mit dem Video. Bleibt auf jeden Fall dran. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Darüber würde ich mich sehr freuen. Abonnieren nicht vergessen. Haut rein.